Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu dieser Folge Craft Attack 4. Eigentlich habe ich mit Sinus da oben ein bisschen was aufgenommen in unserem Turm. Das zeige ich euch jetzt nicht, weil ich bin nicht so ganz zufrieden damit. Aber das ist auch gut, denn die Folge ist komplett verschütt gegangen. Die ist nicht aufgenommen worden, weil mein Aufnahmeprogramm und neue Grafikkarte und so bla. Keinen Stress. Aber dann ist mir was eingefallen, nämlich wir können noch was Spürschen machen. Ihr habt gerade schon jemanden lachen gehört. Das ist der Sinus. Hallo. Hi, was geht? Und der ist mir wieder, der unterstützt mich heute wieder. Denn heute trollen wir jemanden. Ja. Wir trollen, willst du es sagen? Jemand, der ein Haus gebaut hat, wo man es niemals erwartet hat. Okay, wer könnte das sein, Leute? Wer, ich bleibe jetzt ganz kurz mal auf diesem Grundstück stehen. Weil es nicht mir gehört, sondern Early Boy. Und ihr erratet, wo wir diesen Troll bauen. Okay, warte, ich gebe euch drei Sekunden. Eins. Zwei. Drei. Genau. Bei Zander, Leute. Wir bauen bei Zander einen Troll. Ja, Quatsch. Hier wollen wir Early einen Troll. Bist du dabei, Sinus? Ja, auf jeden Fall. Wo bist du denn? Ach, du bist da. Hier wurde was gesprengt. Okay, das könnte die, weil wir wollen was machen. Wir wollen den Early Boy ja nett trollen, ja, und cool trollen. Deswegen machen wir hier so den Krater. Den hüllen wir so ein bisschen aus, beziehungsweise, oh Gott, hüllen wir halt nicht aus, sondern machen den so ein bisschen zu. Genau. Dann habe ich noch eine bessere Idee, Sinus, eigentlich. Denn wir wollen hier ein Polizeiauto hinbauen. Ich habe auch schon ein bisschen Quarz mitgebracht. Hast du schwarze Wolle? Ey, schwarze Wolle ist das Einzige, was ich nicht mitgenommen habe. Egal, wir gehen mal ganz kurz zu Early Boy und klauen dem schwarze Wolle. So ist ja ein Troll für ihn. Ja, stimmt. Aber denkst du, er hat schwarze Wolle? Er hat drei Obsidian. Oh, nice. Läuft zum Balladen. Zum Balladen. Und eine schwarze Wolle. Passt doch, oder? Das hält doch keinem auf, dass das drei verschiedene... Dann ist es halt ein abgeranztes Polizeiauto. Wieso, was willst du sonst noch einbauen? Ich will den Wagen generell aus Quarz bauen. Ah, komplett? Ja, ja. Ah, einen Schild habe ich auch noch dabei. Da können wir Polizei... Ah, sehr gut. So, wie breit wollen wir das Ganze machen? Ich würde halt nicht allzu breit. Irgendwie... So, was ich machen will, ist, auf dem Dach möchte ich... Wo bist denn du? Äh, ich habe gerade noch schwarze Farbe gesucht. Ich komme wieder zurück. Auf dem Dach möchte ich irgendwie die beiden Lichter dran machen. Also rot und blau. Mhm, safe. So, aber rot können wir ja so machen. Das können wir ja so machen, dann können wir das Auto vier breit machen. Würdest du aber... Ich würde noch so einen Slap dazwischen setzen. Ja, würde ich eigentlich auch. Dann müssen wir das Auto aber fünf breit machen. Ja, okay. Okay, ist halt ein amerikanisches Polizeiauto. Okay, warte mal. Dann setze ich mal schon die Obsidien-Sachen hier hin. Eins. Zwei. Wie lang soll das sein? Mh... Es ist zu groß. Ja? Oder nicht? Genug Quarz habe ich. Okay. Machen wir einfach mal so. Egal. So. Ja, aber die Räder sehen ja dann ein bisschen komisch aus. Sie sind dann voll klein. Das sind halt sehr kleine Räder. Nein, das sieht irgendwie komisch aus. Nö, das sieht gar nicht komisch aus. Wir machen das jetzt so. Oder findest du das wirklich blöd, wenn die so klein sind? Ich finde es echt ein bisschen komisch. Okay, das sieht aus wie ein Go-Kart. Polizei-Go-Kart. Okay, jetzt... Machen wir das drei breit, okay? Ja. Polizei-Go-Kart, so. Ja, wie weit machen wir das denn? So und dann hier vorne noch, oder was? Hier. Ja, danke. Okay. Läuft bei uns richtig gut. Wir können richtig gut trollen. Wir trollen uns eher gegenseitig, dass wir den Early-Boy trollen. So. Okay. Ja, so passt das. Ja? Fertig, Alter. Das war der Troll, Leute. Wenn das dir gefallen hat, schreibe auf jeden Fall einen Quatsch. Ja, das... Alter, was ist nur mit uns los heute? Was ist das für Eins-Folge? Ja. Ja, okay. Hast du Cleanstone? Äh, nö. Warum baue ich da... Ich habe ganz viel Quarz. Willst du Quarz haben jetzt, oder was? Ja, ich gehe da. Wofür baust du Cleanstone? Ähm, ich habe noch was vor am Auto. Warte ganz kurz. Ich baue das dann. Okay. So, wir müssen ja auch mal das Heck bauen hier. Ich weiß nicht, macht man das so beim Auto? Oh. Sieht das gut aus, wenn man so das Heck baut. Ah, du hast schon die Knöpfe hingesetzt. Ich wollte da Steinknöpfe hinbauen. Ah, okay. Macht man das so vielleicht? Nee, das ist zu hart, oder? Du baust ein Sportauto. Ich will aber kein Sportauto. Zinus, hilf mir doch jetzt mal mit dem Polizeiauto. Hier. Ich gebe dir die Hälfte von meinem Quarz ab. Und dann kannst du anfangen. Ich habe auch Glasscheiben mitgebracht. Ich habe an alles gedacht, eigentlich. So, eigentlich hat man hier ja... Ist ja da der... Nee, das ist schon zu hoch, eigentlich. Pass auf, ich habe eine andere Idee. Hier. Hier drauf kann Glas sein, oder nicht? So, guck mal. Wir sind eigentlich schon fast fertig. Ich habe Workmanches dabei, falls du eine brauchst. Ich habe hier mal ein paar hingestellt, damit du die eine benutzen kannst. Ich würde es halt irgendwie anders bauen. Ja, wie denn? Hau mal raus. Weil dann könnte man hier die Motorhaube machen. Nein. Warte, 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 warte. Lass mal mich hin. Ich lass mal den Pranker bauen. Nee, ich kann auch mal rein. Ich habe... Ich zählt Touch. Oh, okay. Tut mir leid. Wir fangen an. Okay. Ich würde... Okay. An der Stelle das so bauen. Ja, erst mal so ein Polizeiraumschutzbau, Zinus. Nein, nein. Das kann ja nicht direkt am Boden sein. Ist ja unlogisch. Ja. Dann... Hier. Dann hast du hier so Lichter, die man noch hinplacen kann. Wo Lichter? Wer ganz hier vorne. Da und da? Ja, genau. Und jetzt close the one. Rücklichter? Nee. Das soll... Ah, okay. Dann ist das hinten. Ja, das Rücklicht. Perfekt. Und dann ziehen wir das hier nach vorne. Okay. Zinus hilft mir, by the way. Hä? Zinus hilft mir jetzt gerade. Hä? Okay. Okay. Ich wollte es nur für die Leute sagen. Du brauchst das auf jeden Fall vier breit. Jetzt, oder was? Ja, ja. Nee, nee. Das war ein Fail. Okay. Das war ein kleiner Patzer meinerseits. Und hier dann auch wieder, oder was? Ja. Und da jetzt die Glowstone rein. Oder? Okay. Alter. Perfektes Auto. Gehen wir nach oben. Ja. Ich würde sagen, das ist schon besser als Ölbiers Haus. So vielleicht dann noch? Ich weiß gar nicht. Unten würde ich vielleicht Cleanstone hinmachen. Slabs, oder nicht? Damit noch ein bisschen Abwechslung reinkommt. Ja, versuch mal. Hier ist auf jeden Fall dann irgendwie die Motorhaube. Ich habe... Ich wünschte, ich hätte eine Curafting Bench. Aber hier sind es so wenige. Keine Ahnung. Kann man hier das hier machen? Und vielleicht dann hier... So. Und ist hier drüber das Dach, oder was? Oder was? Das ist richtig sexy. Das Ding ist, dass ein Polizeiauto doch auch noch ein bisschen schwarz drin hat, oder nicht? Stimmt, Polizeiauto ist schwarz. Ja, aber ich habe keinen schwarz. Von und hinten sind die doch so schwarz. Auch wie bei GTA und so. Ja, aber ich habe keine schwarzfarbe. Das ist nicht gut. Deshalb eigentlich schwarze Wolle oder so, habe ich mir vorgestellt. Das sieht halt... Er hat hier Tintensäcke und Schwarz und Wolle. Leute, wir nutzen jetzt einfach ein bisschen... Ja, Early Boy kann das ja wieder... Guck mal, das ist auch schon geil. Aber mit den Tatüten hast du da auch, ne? Guck mal, Zinus. Warte, ich... Ah, ich habe sogar selber schwarze Farbe dabei. Alter, weiss. Ich finde, wir sollten das aber so auch noch machen, auf jeden Fall. Oh, das sieht echt gut aus. Weil Early Boy ist ja... Early Boy ist ja Chef der Polizei, ne? Der braucht ja auch ein Polizeiauto. Ist ja klar. Ja, natürlich braucht der ein Auto. Wie will der sonst... Okay, warte mal. Dann mach hier mal auf jeden Fall das. Dann mache ich schon mal das Nummernschild in den dran. Ich baue das noch kurz ab und mache hier. Leute, guck mal. Ach, ich wollte schon sagen, die Bilder da mit den Dings bleiben einfach hängen. Kra. Early Boy. Warte mal. Kra für Craft Attack. Early Boy. Oder CR4, weil für Craft Attack 4. EB für Early Boy. Und dann ne Nummer, ne irgendeine Nummer für Early Boy. 69. Hihi. Okay, dann auf jeden Fall TÜV ist geprüft. Wann läuft der ab? Zinus. Gestern am besten, ne? Weil dann dürften die sich das, ne Luschenpolizei, 0 Dritter. Wir nehmen das ja, ihr bekommt das am 4. Ne, am 4. nehmen wir es auf. Aber der TÜV ist dann gestern abgelaufen. Dann können wir dem auch noch nämlich sagen, hör mal, Early Boy, was machst du denn? Dein TÜV ist abgelaufen. So, jetzt haben wir hier Craft Attack Early Boy 96. So, die 69. Alles klar. Ich würde das noch hier auswechseln. Hast du noch einen Button? Einen Stone Button? Ja, habe ich welche. Oh nein, jetzt gehen die Rückleuchten kaputt. Ja, kein Ding. Okay, gib mir mal bitte einen Stone Button. Einen Stone Button? Ich kann den da gar nicht dran machen, wo ich den dran mache, glaube ich. Jetzt muss ich hier noch hochkommen. Nee, da kann ich den nicht dran machen. Verdammt. Okay. Och Zinus, ich kann den da nicht dran machen. Wo wolltest du den hin machen? Hier, weil dann wäre das ein Auspuff gewesen. Oh, das wäre echt ziemlich nice. Gibt es da eine andere Möglichkeit? Ja, halt, wenn wir da einen ganzen Block hinsetzen, ne? Ja, aber das sieht halt, nee, das sieht mega kacke aus. Das sieht echt nicht so gut aus. Und ich würde, oh, das Schild darf ich nicht kaputt machen. Aber eigentlich, das hat cool. Also irgendwie sieht das Auto gerade echt dämlich aus. Ja, warte, ist ja auch noch nicht fertig. Okay. Du musst, etwas Gutes hat Weile, ne? Ja, gut Ding hat Weile heißt es eigentlich, aber bei Zinus heißt es, etwas Gutes hat Weile. So, ich mach schon mal das Nummernschild vorne dran. Ja, mach das. Also, ich finde jetzt auch, das Auto ist nicht scheiße, ne? Also, finde ich jetzt ein bisschen fies von mir vorhin gerade. Das Auto sieht halt echt schön aus. 69, Klümm und Zinus. Und dann mach ich es wieder zu. Ich finde, das sieht voll geil aus. So, wir brauchen vorne, ist ja eigentlich noch ein Kühlergrill, ne? Wie könnten wir das denn machen? Kühlergrill? Hier. Er hat so ein mega hässliches Texture-Pack. Hast du, oh, hast du Eisen dabei? Ja, aber man kann kein Dings dort reinmachen, dann willst du es machen. Klau mal, klau mal. Ah, ich weiß, wie du meinst. Ja, ich klau Earlyboy jetzt Eisen. Ich hab kein Eisen. Ich klau Earlyboy jetzt einfach Eisen. Okay, nice. Earlyboy, hast du vielleicht Eisen für uns? Das ist ja auch eigentlich, geben wir dem das ja auch wieder direkt, ne? Ist ja nicht so, dass wir es klauen eigentlich, ne? Doch, eigentlich schon. Nein, also, das ist jetzt auch ein bisschen wett. Warum hat Earlyboy denn nirgendwo Eisen? Der hat ja ganz viel Zeug drin. Ich habe halt auch Eisen bei mir zu Hause. Hast du Glas? Glas habe ich noch ein bisschen. Wie viel brauchst du denn? Zwei. Okay, ich habe nur 25. Musst du damit auskommen irgendwie. Eigentlich müssten wir noch einen Stuhl einbauen, damit er sich auch hinsetzen kann. Und ich mache ganz kurz Eisen. So, Zinus, da bin ich wieder. Was hast du in der Zeit gemacht? Äh, ziemlich viel. Aber es sieht voll geil aus mit dem Kühler. Guck mal vorne. Warte, ich komme gleich. Ich glaube, das Auto wird echt fresh, ne? Ich mag das jetzt schon, das Auto. Ich glaube, das wird richtig cool. Wollen wir dem noch einen Hack-Spoiler bauen? Lass uns mal so einen fetten Spoiler bauen. Denkste? Ja, natürlich. Was ist denn Early Boy für eine Polizei? Guck mal, der hat sogar, sein Ding ist es sogar abgelaufen. Stimmt. Und so. Oh. Das sah ein bisschen lustig aus. Oh. Aber das würde ich nicht hinbauen, oder? Nee, ich auch nicht. Aber man könnte das hier hinbauen. Ja, oh Gott. Der sieht so doof aus. Der sieht so geil aus. Ja, mit dem Spoiler. Ich finde das richtig... Das ist ein richtig hässliches Auto, Alter. Ja, aber du musst ja hier noch Polizei hinschreiben. Ach ja, da an der Seite, ne? Ja. Wie machen wir das denn? Einfach so. Hast du eine Crafting-Man? Ich habe keine mehr. So. Polizei. So, hier ist noch der Türgriff. Hast du noch ein Schild? Wieso? Wo brauchst du noch eins? Ich wollte dir mal einen Sinn stellen, dass wir das gebaut haben. Aha, hier. Ich habe noch drei. Das sieht so doof aus. Alter, ich finde, das sieht so gut aus. Hi, Early-Bödel. Wir haben hier dein eigenes Polizei-Auto bestellt. Solltest mal wieder zum TÜV. Beste Grüße. Klüm und Zinus. Ja, da passt Zinus nicht hin. Da steht jetzt Klüm und Zinn. Mach noch ein Schild hin mit US. Ja, aber das mache ich hier hinten hin. Nein. Ja, mach das mal daneben. Hier. So, dann können wir hier ein bisschen wegreißen. Oh, ich werde angegriffen. Polizei. Polizei, Hilfe, wir werden angegriffen. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Ich finde das echt mega cool. Wir können ja hier noch so ein bisschen Absperrband so, ne? So, Absperrung. So ein Seemonster. Hast du noch ein bisschen mehr Absperrung? Ich habe keine mehr. Nein, ich habe keine Absperrung dabei, leider. Doch zwei Stück. Hast du noch einen Button? Wo soll ich den hin machen? Hier hinten. Kofferumdeckel-Button. Ja, wo soll ich die Absperrung? Hier. Dann, ich habe noch einen Button. Ich würde eigentlich, ja. Kofferraum-Button. Wo willst du den denn hinsetzen? Hier. Ja, am Kofferraum. Oh, das sieht sogar aus wie so ein Sportauspuff. Boah, jo. Sieht einfach richtig geil aus. Oh, oh nein. Ich habe einen Itemframe zu wenig. Kannst du mal bei Early gucken, ob du noch einen Itemframe hinbekommst? Wieso? Hä, wo? Ah, ich habe noch einen. Okay. Wollen wir die Lichter hier unten hin machen oder oben? Ich würde die oben. Oh, nee, unten sieht viel sportlicher aus. Ja, der hat so ein Sportpolizei-Auto. So, Leute. Oh, das sieht geil aus. Wir haben heute mal jetzt ein richtig geiles Polizei-Auto hingebaut. Ja, dann würde ich sagen, aus der verlorenen Folge ist doch noch eine richtig schöne geworden. Zinos, auf einer Skala von 1 bis 10. Ah, wir haben was vergessen. Was? Oh nein, die Außenspiegel. Oh ja, wie kann man die bauen? Hast du, also entweder mit Eisen, aber ich habe halt kein Eisendinges mehr oder wir nehmen halt nochmal normale Zäune. Ich nehme halt nochmal normale Zäune gerade. Leute, wie konnten wir die Außenspiegel vergessen? Das Wichtigste. Das Wichtigste am ganzen Auto. Hier so? Und dann, hä? Und dann mit einer Traptor da dran oder so? Hä? Das hier sieht mega komisch aus. Ja, das ist falsch. So. Das sieht komisch aus. Ich würde das sogar weglassen, eventuell. Ja, verdammt. Wir brauchen halt vernünftige Außenspiegel, aber wir haben keine. Egal, dann hat er ein altes Auto ohne Außenspiegel. Ist eh die Polizei. Kann machen, ob der will. Ja, stimmt. So, Leute. Deswegen würde ich sagen, das war es aber schon mit der Folge von Minecraft Truth Attack. Wenn es euch gefallen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und geht zu Erdi und schreibt ihm in die Kommentare, dass wir das gebaut haben. Also, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Nuss. Tschö. Klim. Klim.